Komm! Hahaha! Nein! Nein, nein, mach da hier! Aufpasst du hier! Getschub! Die sind dumm, die fokussen mich! Wo, wo ich, wo ich, äh... Die müssen nach einer ran! Hahaha! Halt, nice job! Pusht, alter! Pusht, pusht, pusht einer bot und ich pusht, hop da! Komm, wir könnten das sogar noch gewinnen! Komm, wir kommen, Christian, wir pushen! Komm, pusht, 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 hier und dich, pusht oben! Komm, pusht doch unten, der liegt oben! Nein, wir pushen lieber zu dritt, äh, das geht schneller! Ja, aber schau mal, die machen dann... Boah! Jack lebt doch erst nur wieder! Warte mal! Der warte mal so! Jetzt noch einer, so, jetzt geht jeder Back, komm, wir kaufen und zu Eid nehmen und noch ein Ast und dann finishen wir das! Ja, okay, aber die pushen so lange zurück, deswegen, das wird ewig dauern! Ja, aber willst du das Game verlieren, wenn wir ein Ast machen, wenn wir ein Ast machen, dann, äh, in Ast, dann haben wir das verloren, so sieht's aus! Ja, so, nein, das verlieren wir dann! Aber dann machen die Ast, dann sind wir alle down! Dann ist das Game verloren! Mach's mir da unten, ich hab gedacht, ich getroffen! Nein, du bleibst, ähm, du sollst nicht durch den Jungle laufen! Ja, wo soll ich denn dann hin? Außenrum, aber nicht durch den Jungle! Dann haben die dich und dann ist das Game wieder verloren! Ja, wo soll ich überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt! Du sollst immer da hin, wo wir sind und nicht alleine umeinander laufen! Ja, und warum geht die Date hin? Warte, bleib da, bleib da! Der muss nur viel lernen, wie ich sehe! Ja, ich bin ein junger Padawan! Ja, ich bin ein junger Padawan! Ja, go, schnell! Schnell! Go, go, Gadget! Komm, da ist der Tower noch! Wo wir den Runzugrappen! Ja, ich versuch's schon! Komm! Jetzt gehen wir mit Jungle, komm und ich geh ja auch allen dann noch Mana! Warte, warte, warte! Hast du genug Mana? Warte! Warte, da sind wir alle drin! Oder wenn du da nicht? die versammelt sich das sieg bleibt war bis dahin versammelt sich da oben mach meine ultram die drauf macht das gehen wieder verloren ja wenn wir nicht mehr laufen können können ja auch nichts dazu warum ist er schon eine russer bot und einer top bleiben um wenn wir nicht nur in der freilich jetzt wird eine kreise aber für die kreise er wie viele andere noch nicht viel ja geendet jetzt musste top durch und stoppt die fernsport es gibt ja ein bisschen Du meinst du, wir pushen Board durch und du die Fenst. Komm, Schatz, ist in Schaulitton. Noch zwei Sekunden, go, noch 20 Sekunden, dann kommen die wieder. Kannst in Tower denken? Für sich. Wenn der Tower denkt... Komm, 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 komm. So, jetzt verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Was, warum? Nein, jetzt müssen wir eine Tower noch drauf machen. Nein, der Wichser nackt sich schon. Schnell, hilf denen doch! Ey, aber ehrlich, er hilft mir nicht, er hilft mir nicht. Er hilft mir nicht. Auf zu mir, auf zu mir, auf zu mir, go! Er ist tot, double kill. Ich kann nichts machen, der heißt zu schnell! Oh, ich kann jetzt Solo, ich kann jetzt Solo-Defenzen. Oh, das wird nice, Solo-Defenzen. Wir müssen halt öfters die Tower kaputt machen. Du musst nicht allem so aggro spielen, du musst dir nochmal helfen. Die pushen jetzt Solo durch. Geh doch hin. Kann ich nicht. Wenn du jetzt darum gehst, dann ist der Tower ist down. Ja, der ist down. Ja, ich hab den 3 aber noch Schaden eingehaben. Jo, aber jetzt der Hübe doch auch down. Jut, GG, GG. Warum läufst du nicht einfach unten rum? Ja, GG. Willst du, weil du oben rumlaufen musstest? Ja, weil ich unten ran... Das ist scheiße blöd, Alter! Weil ich unten ran gelaufen, dann hätten die mich alle... So blöd! Ich hab den Geld verloren, weil du oben rumlaufen musstest. Jukas, willst du mitspielen? Später, ich bin Robin-Game. Hey, ähm! Das war... Das war... Hey, ähm! Darts 3 kannst du bitte mitspielen. Warum? Bitte, du bist so gut, bitte lass ein Game mit dir machen. Bitte, du bist so gut.